Schönen guten Tag, mein Name ist M.L. Gilibert, Besitzer des Geschäfts von FAS in Gütersloh seit 2004. Sie finden bei FAS Produkte wie Essig, Öl, Likör, Spiritus wie Whisky oder Grappa, Rum. Und Sie finden Sie nicht nur in Gütersloh, sondern auch in Bielefeld, wo Sie die gleiche Qualität von unserem Produkt bekommen werden, für einen schönen Salat zum Beispiel. Seien Sie herzlich willkommen! Schönen Tag, mein Name ist M.L. Gilibert, Besitzer des Geschäfts von FAS.